Hey Freunde, wir hatten ja schon die anderen zwei Fontänen getestet von Funke und zwar geht es heute mal um den Goldcracker, den Silbercracker und den Crackerstern hatten wir schon. Und auch hier wieder gibt es diese Fontänen im Fünferpack zu kaufen. Ich habe sie bestellt bei Röder Feuerwerk im Fünferpack 15 Euro und jede Fontäne hat 100 Gramm NIM. Das Fünferpack sieht übrigens so aus, für alle die es mal interessiert. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung und testen einen dieser wunderschönen Crackerstern-Vulkanen. So, Funke Goldcrackerstern-Fontäne. Das war ja mal das Ganze. Funke Goldcrackerstern-Fontäne. Das war ja mal das Ganze. Funke Goldcrackerstern.